Wir haben heute Einladung offiziell von ÖSV, sie zu besuchen, die Spittdamen, und nachdem sie ja doch sehr große Erfolge gehabt haben, erhoffen wir uns heute auch, glaube ich, mit ihnen feiern zu dürfen. Ohne die, glaube ich, war das gar nicht möglich, weil du bist ja das Organisationstalent der ganzen Gruppe. Was muss da alles erledigt werden im Vorfeld? Und, naja, das sind so Sachen, die gerne machen, die sich einfach irgendwo ergeben. Und es hat sich auch ergeben, dass im Vorjahr eigentlich, im Sommer, die Skidamen zu Gast bei uns in Schörding waren. Und dann haben sie gesagt, dann besucht sie uns einmal beim Rennen, haben wir geschaut am Rennkalender, da ist der 1. Februar Haus im Ensttal das ideale Datum gewesen und jetzt sind wir unterwegs. In welcher Verbindung stehen denn Sie da mit dieser Truppe? Ja, wir stehen eigentlich in sehr enger Verbindung mit dem Optik geeignet, speziell von Herrn Radwalner von der Filiale in Schörding. Wir sind auch sonst beruflich gemeinsam beisammen im Tourismusvorstand in Schörding. Und im letzten Jahr haben wir versucht, dass wir da gemeinsam das mit den Skidamen machen, weil ich glaube, dass das für unser Haus und speziell auch für den Optik geeignet eine sehr gute Sache ist und dass man sicher aus diesen Veranstaltungen positiv was machen kann. Natürlich wurde auch der eine oder andere Tipp für das gewünschte Rennergebnis abgegeben. Ein Tipp ist ganz schwer. Ich glaube, 1., 2., 3. werden Österreicherinnen werden. Ich glaube, wenn wir reinfahren, wir werden es so motivieren vorher noch, dass das geht sich garantiert aus wie 1, 2, 3. Ich glaube, dass die Österreicher wieder einmal gewinnen. Ob 1 bis 3 drinnen sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass die Chancen recht gut stehen, wenn wir da reinfahren. 1., 2., 3. Warum bist du so überzeugt? Wollen wir zu den Damen fahren? Damen sind gut? 1. Renate Gutschel, 2. Renate Gutschel, 3. Renate Gutschel. Also wir werden unter den Zuschauern einen guten Platz erwischen, weil wir stimmkräftig sind als Optiker. Und ja, Sven, Material ist mit. Also wir werden schon ein gutes Team bilden da. Nach einer stimmungsvollen und lustigen zweistündigen Fahrt sind wir jetzt endlich gut im Haus im Enster angekommen. Und jetzt möchte ich das Geheimnis schon lüften von heute in der Früh. Warum es ihr von Optik-Aigner mit eurer ganzen Crew heute da seid? Was steckt dahinter und wie ist die Verbindung genau? Ja, die Verbindung ist einfach ganz einfach. Der ÖSV oder die Damen vom ÖSV haben einfach einen gescheiten Optiker gesucht, damit sie wirklich einen scharfen Blick haben. Und da sind sie auf die Suche gegangen und da sind sie natürlich bei Optik-Aigner gelandet. Und irgendwo muss man sagen, der lustigste Standort von Optik-Aigner ist in Schering. Und dadurch haben sie sich Schering ausgesucht. Und so sind wir eigentlich zum ÖSV gekommen, weil die Scheringer haben sich natürlich dann umgeschaut. Und Konditionsdanken sind im Sommer nach Schering gekommen. Und wir haben es ausgestattet mit guter Sicht. Und das wird sich heute rauszustellen, weil heute gewinnen sie. Nachdem uns der Konditionstrainer Kurt Kotbauer die Eintrittskarten überbrachte, hieß es ab in den Zielbereich, wo noch vor Beginn des Rennens so richtig die Post abging. Heute ist es technisch sehr anspruchsvoll, im Gegensatz zur Abfahrt, wo es mehr aufs Gleiten drauf angekommen ist. Super G, viel mehr Kurven und es wird schwach. Tipp, Götzschl, Renate Götzschl, weil ich bei euch trainiert habe. Beim Rennen selber ist es in erster Linie die Startbetreuung, dass ich da bin, wenn es noch irgendwelche, die gute Seele, ja. Weil manche brauchen einfach neben wem neben sich und dann sind sie ein bisschen ruhiger, beziehungsweise wenn noch schnell was anfällt, einen Schluck zu trinken oder ein neues Brillenglas oder sonst irgendwas, bin ich zur Stelle. Manche wollen die Beine durchmassiert haben, die anderen wollen nur über den Rücken gestrichen werden, die anderen wollen gar nicht berührt werden. Also da hat jeder so ihr eigenes Ritual und das kennt man eh von jeder. Da wird auch nicht viel gerät. Das ist alles schon so eingespielt. Um 12.30 Uhr war es dann soweit. Mit großer Konzentration und vollem Körpereinsatz starteten die ersten Läuferinnen ins Rennen. Auch wenn das Rennergebnis des Super G's der Damen nicht das Beste war, so konnte man mit dem Mannschaftsergebnis auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Wie war es von der Piste her, beziehungsweise vom Material her? Die Piste ist eigentlich recht gut beieinander gewesen, muss ich sagen. Es ist halt so, dass wenn du das erste von der Mannschaft fährst, bist du halt einfach irgendwo die Testpilotin. Und es war sicher einiges direkt zum Vorengang, wo es geheißen hat, rundfahren. Und das kostet einfach so viel Zeit ab. Und da überhaupt für mich, die was eh schon von Gewicht her eher das Handicap hat. Und es nutzt eh nichts. Ja, man nutzt eh nichts. Jetzt ist eh schon vorbei. Ist wenigstens ein kleiner Trost, dass Optik-Eigner da ist und die Crew doch mit Rückenstärkung anfährt? Ja, das ist eh so und so klar. Ich meine, gesehen habe ich nur vielleicht zu viel. Deswegen bin ich vielleicht eine Spur zu lang unterwegs gewesen. Aber nein, nein, es freut euch. Jede Unterstützung ist viel wert. Die Piste war in einem sehr guten Zustand, also auch von der Abfahrt her schon. Sie war sehr kompakt und gut und es war wirklich ein Spaß zum Fahren. Und wann freut man sich, dass Optik-Eigner als tatkräftige Unterstützung dann da ist und anzufahren? Ja, da haben wir eine klare Sicht nicht. Nein, wir waren im Sommer-Kondikurs in Scherding und dort haben wir eben Kenner gelehrt und er tut sehr viel für uns. Wir haben auch Farblinsen gekriegt gefahren, die habe ich jetzt aber nicht drinnen. Aber das ist ein super Gag und nein, wir sind sehr dankbar, wenn uns jemand in der Hinsicht auch unterstützt. Wir haben zuerst geglaubt, dass es einen österreichischen Sieg gibt. Aber ich glaube, dritte, vierte, fünfter Platz ist ja super. Das sind einer für sich Kunden von uns, wenn man so sagt. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz darauf. Und ja, es ist eigentlich ein Traum. Also ganz, ganz toll. Mannschaftlich sehr, sehr stark. Wir haben wieder eine am Stockerl. Es ist bei dieser Leistungsdichte sehr, sehr schwierig. Und daher bin ich heute sehr froh mit dem Ergebnis. War es heute eine Frage des Materials? Mitunter, also spielt das Material immer eine große Rolle. Und das muss natürlich alles zusammenpassen, dass man eben ganz vorne da dabei ist. So mit dem Rennen, mit dem Resultat zufrieden? Eigentlich sehr zufrieden, ja. Es ist eine gute mannschaftliche Leistung gewesen. Das mal die Einzige, die uns ein bisschen verlassen hat, heute war die Renate. Aber es kann ja nicht immer so gut gehen, sonst schätzt man es ja eh nicht. Wir sind natürlich für jede Unterstützung dankbar, die wir kriegen können. Und wie sie sich herausgestellt hat, bringt die auch was, die Unterstützung. Und wir sind froh, dass alle das ganze Team vom eigenen Erkommen hat können und uns da anfeiern können. Nach diesem spannenden Rennen stand bereits ein weiterer Höhepunkt an diesem Tag auf dem Programm. Ein Besuch der besonderen Art. Jetzt werde ich noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Dann komme ich heim, dann wird die Reha und Therapie am Anfang. Und ich hoffe, dass ich im Sommer wieder zum Skifahren anfangen kann. Und dazwischen werde ich das ganze konditionelle Aufbautraining machen. Ich meine, ich kann es jetzt eh nicht mehr rückgängig machen, wie es jetzt passiert. Und muss sich dann auch einen Schlussstrich ziehen. Aber natürlich zieht es mich an. Aber ich muss jetzt eh nach vorne schauen und schauen, dass ich eben das wieder hinkriege. Freut man sich trotzdem, wann dann Optik-Eigner, da ein Teil der Crew da ist und einen Besuch abstattet? Ja, freilich. Wir waren da, heim Sommer waren wir auf Konditionskreis und es hat uns recht gut gefallen alle. Und sind auch sehr gut versorgt worden mit allen möglichen Brühen und Kontaktlinsen und alles. Und ja, da freue ich mich natürlich, wann wir die besuchen. Optik-Eigner machte uns allen einen grandiosen und vor allem unvergesslichen Tag im Haus in Enztal möglich. Nach so vielen aufregenden und tollen Ereignissen ging es mit dem Bus wieder auf in die Heimat. Ich glaube, wir haben einen großartigen Tag erlebt. Ein Rennen, ein tolles. Andi, Resümee vom heutigen Tag? Ja, Resümee, es war einfach von der Früh an einfach spitze, muss man sagen. Es war eine total tolle Stimmung. Es ist einfach klasse mit den Mitarbeitern. Bei uns steht auch im Firmenlogo Optik-Eigner, ist ihr Partner. Und die Partnerschaft sieht sich bei uns total durch und auch zu den Mitarbeitern. Und es war einfach heute eine super Sache, weil wir so zusammenhalten haben und so einen klassen Tag gehabt haben. Es war einfach spitze, muss ich sagen. Herr Tischler, was sagen Sie zum heutigen Tag? Als Mitsponsor hat es sich ausgezahlt. Es war ein super Tag. Und es hat mich sehr gefreut, dass man die Optik-Eigner mitnommen hat. Als einzigen irgendwie Freunden. Und es war wirklich eine sehr schöne Gemeinschaft und eine super Sache. Es freut mich sehr. So, Franz, hast du ein paar Damen erwischt, mit denen du ein bisschen plaudern hast können. Was war für dich das Großartigste heute? Es war wieder schön einfach die Mädels und die Trainer, die wir im Sommer da gehabt haben, mit dem zu plaudern, über ihre Erfolge, über ihre Bewege, wie es im Krankenhaus war bei der Ingrid. Und mit der Reisendover-Kerstin, die auch verletzt ist. Aber dass wir auch tolle Ergebnisse haben, dass wir mit dem dritten Platz und einem gesamtösterreichischen Superergebnis das bei unserem Firmenausflug erleben dürfen, das war die Spitze vom heutigen Tag. Herr Aigner? Wir haben wieder alte Freunde getroffen. Ich glaube, die Freunde haben sich auch sehr gefreut, dass sie uns wieder gesehen haben. Nur, wir haben auch gesehen, dass Freude und Leid so eng beisammen ist. Wir haben zuerst das Rennen gesehen, dritter, vierter, fünfter. Nicht das, was wir voraus gesagt haben. Aber ich glaube, dass wir auch sehr, sehr zufrieden sein können. Und auf der anderen Seite haben wir doch den Krankenbesuch gemacht. Bei einer geborenen Christkirchnerin. Und da hat man einfach gesehen, dass bei diesen Rennen einfach Freude und Leid einfach beisammen ist. Und ich glaube, es war wirklich eine tolle Sache. Wir haben ein tolles Team mitgehabt. Wir haben ein tolles Fernsehteam mitgehabt. Also ich bin mit dem heutigen Tag. Es war einfach sensationell. Das war glücklich. Vielen Dank.